Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele das Schwein. Ja, und ich nutze die Perks. Niemand entrinnt dem Tod. Barbecue und Chili, Ruin und Überladen. So, und wir suchen jetzt erstmal uns die ersten Überlebenden. Zu meinem Totem, wo ist das überhaupt? Wo ist mein... Oh ja, hat schon... Hat schon... Ne, ich hatte noch niemand geholfen. Das waren die ersten. Wo ist mein Totem? Ach, da ganz hinten. Okay. Das ist ganz gut zu wissen. So, da hinten sind Draben aufgeflogen. Ich sehe jemanden. Na, wo bist du? So. Okay. Das war's mit unserem Totem. So, und Licht haben wir noch, aber echt schön. So, den Generator treten wir gleich mal. Zack, zack. Dadurch ist Überladen drauf. Und wir lagen... Ja, äh, wir lagen... Wir jagen den guten alten David. Was wird das, Mac? Hier, ich bin immer noch der Killer. Fürchte mich! Ab durchs Fenster. Und wieder durchs Fenster. So, gut. Dann holen wir uns erstmal die Mac. Schade, dass ihn schon weg ist. Oh, hallo, Claudette. Einmal. So. Einmal die Mac. So, Claudette lassen wir erstmal ihn kommen. Mac bekommt eine Falle auf den Kopf. Ähm, genau. Ich hab übrigens wieder zwei Erdons mit. Vergesse ich immer zu sagen. Ähm, einmal, dass ich eine Falle extra hab. Also, ich hab jetzt fünf Fallen. Und, ähm, dass die Überlebenden mit Falle auf dem Kopf blind sind. Das heißt, Perks wie, ähm, Verbundenheit wirken für diese Überlebenden nicht. Okay, dort ist jemand im Keller. Jetzt geht er hoch. So, Claudette hat sich geheilt. Und sie rennt direkt los. Einmal. Jetzt rennt sie wahrscheinlich ins Haus. Oder auch nicht. Oder doch. Dort hat jemand den Skillcheck verhauen. So, solange wie niemand die Claudette rette, äh, die Mac rettet, ist es ganz gut, denn ihre Zeit läuft ab. Okay, sie wurde jetzt gerettet. Mal schauen, ob ich da nicht noch jemanden wieder erwüsche. Wartet mal, ich hör's doch. Ich dachte, ich hätte die Claudette hier irgendwo gehört. Okay, aber Claudette ist jetzt auch wieder weg. So, ich geh wieder zu dem Generator. So, hier ist niemand. Moment, okay, komisch, er hat den Skillcheck, äh, verkackt und ist weggerannt. So, Assassine wieder am Start. Wir gehen nach hier hinten. Okay, wir ein bisschen früh schleichen, fangen wir an zu schleichen, aber naja. Hier arbeitet niemand, ich hör keinen am Generator. Vielleicht hier hinten. Ja, das sieht schon eher danach aus. Hier ist auch jemand weggelaufen. Hier hinten lang. Die Claudette. Schade. Die kann mich schon ein bisschen ver... Äh, pellend weit, hallo. Einmal. So, ach, Mech ist auch ihre Falle schon wieder losgeworden. Schade, schade, schade. Überraschung. So, dem Zweites setzen wir jetzt keine Falle auf, einfach... Weil wir jetzt nur noch vier Fallen haben und die noch keinen Generator gemacht haben. Also die sollen sich ein bisschen anstrengen, um sich eine Falle auf dem Kopf zu verdienen. Hier arbeitet nicht wirklich... Okay, Leute. Was zur Hölle wird das? Nichts für ungutweit. Ich würde ja gerne weggehen, aber... Hier haben gerade eben zwei nach am Generator gearbeitet, als ich um die Ecke kam. Also... So, ich schaue nochmal in den Schrank und dann gehe ich hier weg. Hier ist natürlich auch jemand drin. Ja, Zweite, ich gehe ja schon, aber nichts für ungut. Die haben es ja jetzt selbst gerade ein bisschen verhauen, deshalb bin ich so lange da geblieben. Seht ihr, Zweite wurde direkt gerettet. Dort hinten läuft er mir auch schon wieder in die Arme. Palette weg. Durchs Fenster. Und wieder hier hinten hin. Ich hätte jetzt auch noch nach dem anderen suchen können, aber... Zweite ist mir halt so schön gerade in die Arme gelaufen. Schade. Ah, jetzt schafft er es. Habe ich dich. Okay, jetzt könnte man ihm langsam mal eine Falle aufsetzen. Und aufhängen. Generator gekracht. Zwei tankt. Zack. Okay, dort hinten sitzt auch wieder jemand. Beziehungsweise der Stand am Generator. Da schaue ich gleich mal nach. Schade. So, wir treten trotzdem den Generator erstmal wieder. Und wo ist er hier rein? Zweite hat sich töten lassen. Okay, der David müsste aber... Komisch. Schaut man einmal zur Seite. Hallo. Und dann sind alle weg. Okay, wir haben den David erwischt. Bis jetzt hatten wir am Haken... Mac, glaube ich. Und Dwight. Okay, der dritte Generator wurde gemacht. So, David war gerade eben zumindest noch hier. Das war meine Taktik. Einfach mal dumm rumrennen. Die hat anscheinend nicht so gut geklappt. Einfach mal in die entgegengesetzte Richtung rennen. In der Hoffnung, dass er uns in die Arme läuft. Aber damit... schon der Überlebende mitspielen. Damit sowas klappt. Puh. Wo sind die denn jetzt eigentlich alle? Ohne geflüstert zu spielen. Schon ein bisschen... Leute. Macht doch mal ein großer Ding. Skillcheck. Da ist Clodet. Habe ich dich einmal? Also, sie rennt jetzt direkt wieder ins Haus. Oder hat man Clodet schon mal im Haken? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Habe ich dich? Überraschung. Und... Wir nehmen sie hoch. Ach, hier ist sogar der Keller. Wundervoll. Ich setze ihm mal noch keine Falle auf. Die hebe ich mir dann für ein bisschen später noch auf. Ist immer gut, ein paar Fein vorrätig zu haben. Zack. Dort hinten waren die beiden sogar. So, eine läuft links lang, eine rechts lang. Ist natürlich ärgerlich. Wenn jetzt einer kommt irgendwie, den jagen wir, dann wird trotzdem ein Generator gemacht. Okay, dort hinten wurde verhauen. Hier hinten? Clodet wurde gerettet, aber ich will jetzt erst mal schauen. Verdammt! Das war richtig schlecht von mir. Ich hätte einfach auf sie zurennen sollen. Dann wäre sie jetzt vielleicht schon... Na gut, dann hätte sie auch trotzdem einen Sprintboost bekommen, aber ich hätte sie vielleicht vor dem Haus erwischt. Schaffe ich vielleicht auch so? Habe ich dich? Was will ich denn hier auf dem Stein? So, sie bekommt wieder eine Falle aufgesetzt. Die hatten wir sogar schon mal. Und sie kommt hier hinten hin. Dort oben hat jemand einen Skillcheck verkackt. Also, ich glaube, es war die Clodet. Zack, Mac tankt. Dort hinten steht David. So, habe ich gestern mal hoch. Zur Clodet. Die ist runtergesprungen, aber nicht hier. Verdammt! Da ist David. So, den hatten wir ja vorhin im Haus so blöd verloren, ne? Scheibenkleister. Das wäre sowas von easy Schlag geworden. Palette weg und er läuft jetzt hinten lang. Also, ich folge ihm einfach mal direkt, ohne abzukürzen. Denn der schaut sich um. Wahrscheinlich hat er sogar... Ähm... Hat im Nehmen, so oft wie er sich umschaut. Hallo Clodet. So, ich hole mir aber erstmal den David. Den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht am Haken. Und, kommt noch ein... Hat im Nehmen? Nein. So. Seht ihr, den hat er noch gar nicht am Haken. Drum tun wir mal den Gefallen und hängen ihn auf. Zack. Im Moment sind alle verletzt. Mac läuft jetzt hinten rum und Clodet steht auf dem Berg und heilt sich. Clodet ist geheilt. So, ich jag jetzt mal die Clodet. Hallo, einmal. So, jetzt muss Mac erstmal vielleicht retten. Ihre Falle auch noch loswerden. Hallo, Clodet. Dort hinten ist leider keine Palette mehr. Äh, never mind. Was machst du denn? So, Palette weg. Ich stehe mal gegen den Generator. Wird die Mac ihn retten? Was meint ihr? Ich glaube, Clodet wird es wohl nie erfahren. Denn ich habe ein kleines Muri mitgebracht. Abgewehrt. Aber es hat nichts geholfen. So, Clodet ist tot. Damit sind die beiden jetzt nur noch zu zweit. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer für die beiden. Ähm. Weil sie noch zwei Generatoren machen müssen. So, ich glaube, sowas wie der Ruf einer Krankenschwester wäre für das Schwein auch ganz nett. Okay, gleich geheilt. Ja gut, ich habe ja auch keine Falle ihm auf den Kopf gesetzt. Währenddessen Mac hingegen. Mac müsste noch rumlaufen. So, wir schleichen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Mac wurde geheilt. So. Ich will die einfach mal ein bisschen überraschen. Außerdem muss ich, ähm, Schleichangriffe machen. Und, ja, wenn ich ehrlich bin, dann nutze ich die Schleichangrifffähigkeit viel zu selten. Dort war David. Schade, der hat uns gesehen. Er rennt wieder hoch. Oh, Mist. Der hat uns gesehen. Hätte er uns nicht gesehen, dann hätte man schön schlagen können. So, ich bin hier runter. Und raus. Okay, dort hinten. Ach, hat sich, glaube ich, Mac befreit? Aber wo? Hier hinten ist gar nichts. Da höchstens. So, Mac. Ich würde dich gerne überraschen. Mac ist hier gar nicht. So ein Mist. Ich spiele aber heute auch was zusammen. So, wir suchen weiterhin die Gegend ab. Mac ist natürlich jetzt befreit von ihrer Falle. Zwei Fallen haben wir noch. Ich würde sagen, die versuchen wir dann so schnell wie möglich an den Kopf zu bringen. So, hier wurde immer mal wieder dran gearbeitet. Habe ich dich einmal. Und Generator getreten. Zack. Und weiter. So, der ist jetzt hier wieder ins Haus gelaufen. Ich versuche ihn mal gar nicht erst zu jagen. Ich will erst mal meine Generatoren so ein bisschen abchecken. Hier hinten ist auch niemand. Vielleicht sollte ich doch ins Haus gehen. Aber ich glaube, im Haus sind auch gar keine Paletten mehr. So war es ziemlich dumm, ihn jetzt nicht weiter zu jagen. So, ich schaue einfach mal. Ob wir ihn nicht hier irgendwo überraschen können. Oh, der ist direkt zum nächsten Generator gelaufen. Habe ich dich noch. Schön. Gut, du bekommst jetzt auch wieder eine Falle auf. Hier ist sogar die Hedge. Ähm, dann fehlt uns nur noch die Mac. So, gut, dass wir ihn auch noch mit so einem schönen Angriff erwischt haben. Ich habe Raben gehört. Mac muss hier in der Nähe sein. So, wenn er sich jetzt umbringt, dann weiß ich eins. Und zwar, dass die Premates sind. Na toll. Er hat sich umgebringen gelassen. Ach, schade. Das heißt, Mac wird hier gleich sitzen und die Hedge nehmen. So, ich weiß halt, dass Mac hier irgendwo ist. Das ist halt extrem blöd jetzt für mich. Weil so richtig weggehen kann ich nicht. Und ich meine, wenn Mac kommt, dann hat sie halt die Hedge. Aber so ist das nun mal. So, ich hocke mich einfach mal hin. Aber gut, das bringt halt auch nichts. Seht ihr? Da kann man halt nichts gegen machen, gegen die Hedge, wenn die einmal offen ist. Aber die haben ganz gut gespielt. Wir haben unser Daily geschafft. So, GG. So, die eine haben wir gemorrit. Und der Rest, naja, wie gesagt, die Mac hätten wir wahrscheinlich auch noch bekommen. Aber, hm, das war halt, für mich wirkt es abgesprochen, aber es kann halt auch natürlich Zufall gewesen sein. Wenigstens hat sie uns hier doppelte Punkte gegeben. Das ist doch schon mal was Feines. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt ja euch gerne mal in den Kommentaren auslassen, was ihr so von der Hedge, also von der Fallschirm-Mechanik haltet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.